So, ein herzliches Willkommen zurück zu meinem Blood Let's Play. Los, mach mal. Jetzt sind wir im vorletzten Level. Bowls of the Earth. So. Und das soll wohl ein bisschen schlimmer sein. Da bin ich immer gespannt. Mhm. Okay. Das hat allerdings nur zwei Sekunden. Musik? Ah, jetzt. Ähm. Dann kommt. Hm? Geht nicht? Das war jetzt, äh, der war gut, ne? Der war, der war klasse. So, ich muss mal laden. Das müsst ihr doch zugeben, der war wieder richtig fantastisch. Ähm, aber vielleicht können wir das jetzt ja besser lösen. Ups. Äh, äh, äh. Ich glaub's hier entführt. Gut, ich muss es ein bisschen weiter schmeißen. Funktioniert anscheinend vorzüglich. Ja. Ein Schritt noch. Ja, ey, komm, das, das war fast passiert. Komm. Jawoll. Du hast verstanden, wo du hin musst. Das ist gut. Das ist schön, dass du es kapiert hast. Ja. Jeder lehnt dazu, ne? So. Okay. Ja, die Musik ist cool. Die war ja so bei dem ersten Level so schön passend zu, ne? Mit dem Schiff. Ach, wir nimmst du jetzt einfach mit. Also. So. Okay. Da sind auch Zombies. Oder was ist da? Was ist da? Ne. Hier noch nicht. Die können ja hier immer sofort aus der Wand, aus dem Boden gestoßen kommen. Oh, oh. Äh. Es ist gut, dass wir das Herz mitgenommen haben. Ach, du Scheiße. Jetzt weiß ich was. Jetzt weiß ich warum es hieß, das Level ist härter. Haha. Mua. Verdammte Scheiße. Scheiße. Uh. Uh. Jetzt hat er mich eingekästert. Hahaha. Ja. Ähm. Ab, wo geht das denn zu? Vielleicht können wir da ein bisschen vorbereiten oder so. Dann spring ich mich eher selber weg, ne? Vermutlich. Gut. So. Komm. Alter. Jetzt soll ich doch mal bewegen. Oh. Alter. So. Meine Güte. So viele Zombies. Das ist ja. Bitter hier. Wir haben ja auch viel Helf hinterlassen. Von daher. Passt das schon. So. Okay. Das speichere ich jetzt. So. Oh. Hallo Zombie. Du möchtest auch mal da runterfallen. Komm. Komm. Oh. Ach. Schiss. Komm. Ah. Na gut. Dann halt nicht. er will nicht darunter fallen. Er will einfach nicht, ne? Zack. Muss sein. Oh, da ist ein Akimbo drin. Huch. Okay, das hätte man natürlich mitnehmen können. Aber vielleicht komme ich jetzt hier überhaupt in Weide? Muss ich mich da durchsprengen? Ich sehe ja hier nix. Oh, diese Köppe müssen mal weg. Hier ist ja furchtbar. Die nerven ja schon tierisch, ne? So. Ähm. Ah, ne, hier wird es weitergehen. Okay. So. Oh. Ein Waggon. Das kann nix Gutes bedeuten. Was ist das denn, wenn wir da jetzt mal ohne? Oh. Wow. Das geht da tief runter. Zack. Das ist wahrscheinlich so sinnvoller. Das nützt alles nix. Dafür muss man auch eine Rakete einsetzen. Das ist so. Das müssen wir. So. So. Vielleicht können wir jetzt hier mal mit dem Ding losfahren. Vielleicht. Ich höre die Gegner noch. So. So. Ich höre bis hierher, dass sie hier noch unterwegs sind. Hm. Scheiße. Hast du den Miranda-Werwerfen sollen? Vielleicht verreckt? Ach, verdammt. Schneller reagieren. Läf- Ach, nicht du schon wieder. Und hab ich dich denn schöner verdient. Ach, zwei. Zwei von dir. Nicht eingesperrt sein, das ist doof. Hey. Ich darf vielleicht mal so platt machen, vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Weil die halten auch immer so viel aus. Das mag ich an denen nicht. Vielleicht kann ich sie überfahren. Na, ich schieße auch so viel daneben, ne? So, jetzt musst du sterben. Mit der Fork. Ist... Ist du jetzt alleine oder ist dein Kollege da? Ah, der ist jetzt tot. So, wo ist dein Kollege jetzt? Wo ist dein Kollege? Wo ist dein Kollege? Wo ist dein Kollege? No, noch wirklich? Hm... Der ist weg. A Kimbo liegt ja immer noch rum. Na, die noch ganz lichert, dann stellt es rum. Na gut, dann fahren wir mal mit dem Gefährt hier. Ich schätze, dass das Vieh irgendwo dahinten hingeflogen ist, oder dahin geflogen ist, irgendwo wird es schon sein, soll mir egal sein. Boah, habt ihr einen geparkt? So, zack. Joah, gute Frage, ne? Ähm, kann ich da rüber springen? Ah, oh. Ach, mein Treffen ist ja köstlich heute. Aber, vielleicht, es lohnt sich nicht, ne? Das ist perfekt, so. Den Rest machen wir jetzt damit noch platt. Bald ist eure Mutter drin. Könnt ihr mal schauen. Ja, irgendwann muss die auch noch drin glauben. Irgendwann. Das ist jetzt drei bekommen. Ich sehe das nicht so wirklich. Weil wieder einiges daneben gegangen ist. Nein. Er braucht noch einen, wie es scheint. Hell, auf deine Wässer da umzuschmeißen. Ich glaub's ja nicht. Das hat dir also weh getan. Oh, das ist ja noch so ein Fetti. Na gut. Ja, komm her, du. So, nun hast du drei Flammchen an dich. Das muss gereicht haben. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht reicht. So. Okay. Was kommt jetzt? Da ist es ja. Ne? Oh, da hat's aber losgelegt. Gleich vier Stück. Wow. Krass. Krass. Oh, da hat's aber losgelegt. Was ist das? Das muss sein. Na, wo bist du? Komm her! Na, gut. Lassen wir das. Oh, das macht das so Spaß. So. Okay, was tun wir hier? Was? Zombielis. Viele, viele bunte Zombielis. Versammeln. 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 Und genießen. Also, ich meine natürlich, wenn die Rakete, äh, die, dass du damit nicht durch euch hindurch fliegt, ne? Also, das war eigentlich anders geplant. Soll nicht durch euch hindurch fliegen, sondern, ähm, das soll euch in euch einschlagen. So hab ich mir das eigentlich vorgestellt, ne? Hier. Es fliegt schon wieder durch die Hälfte hindurch. Ich glaub's einfach nicht. Warum passiert das immer? Dieser Bug ist so... Oh, ich kann's gar nicht beschreiben, wie doof dieser Bug ist. Komm ab. Ich hab ne bessere Idee für euch. Wie sammelt ihr euch hier? Und jetzt kommen sie nicht, oder wat? Jetzt verteilen... Ach, ihr seht mich gar nicht mehr. Na nett. Scheiße. Fuck. Ah, scheiße. Oh, das ist so ungenau das Ziel hier mit der Maus. Das ist der Wahnsinn. Okay. Okay. So. Jetzt seid ihr natürlich überall verteilt. Ach du Scheiße. Da ist noch mehr. Drei Fettis. Holy fucking shit, man. So. Da kommt, Dicker. So. Warum lebt dein Kollege denn noch? Dein Kollegen? Begeben wir jetzt in eine heiße Erfahrung. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Stirb. Wie alles noch lebt hier. Ich glaub's nicht, ne? Na komm. Hm, Dicker. Na, wie ist das Dicker, ne? Fetti. Wie gefällt dir das Fetti, hä? Ey, der mit dem umkreist, ne? Das ist ja interessant. Dann kann er mich, glaub ich, mit... Das muss ich mal ausprobieren. Ich hab das Gefühl, wenn ich den Fetti umkreise beim ducken, dann kann er mich auch mit seinem Bein nicht treffen. Wenn das klappt, das wär ja richtig cool. Dann kann ich noch mehr Munition sparen. Das hätte was cooles an sich. Ach, das bin ich hier wieder? Okay. Gut. Das wär natürlich sau-mäßig cool. Jetzt reicht das genug für fünf. Sehr schön. Das hätte natürlich was Positives. Da war noch der Raketenwerfer, ne? Ach, da komm ich jetzt ja gar nicht mehr hin, weil ich jetzt hier niemanden mehr habe. Hehe. Ja gut, ich könnte mit den Schuhchen dahin. Aber, nö. Wir gehen regulären, will ich jetzt... Oh, da ist noch ein Zombie. Ach komm, das glaubst du doch wohl selber nicht. Moment, du könntest jetzt meine Treppe darstellen. Na komm, gehst du mal hier hin. So. Meine Treppe ist gebaut. So. Was haben wir hier noch Schönes? Immer euch noch. So. So. Was ist denn hier noch? Ah, ist der Zombie noch? So. Bam. So. So. Bam. Ja, der war gut, ne? Der Stich war gut. Der ging ins Herz. Und jetzt. Bam. So. Okay. Gut, die Hände sind Ja Gut Ach Hier geht es einfach rum Na, kannst du mal sehen Boah, die Fledermaus hat einen Stich mit der Forke ausgehalten Die sind echt stabil So Oh Die sieht man noch gerne, die Töne So Wie sieht das eigentlich mit Secrets aus Ich weiß das schon wieder gar nicht mehr Oh Uiuiui Ach du schon wieder Ne, duck Scheiße, duck Darf ich mich bei den Dinger nicht So viel ist schon mal klar Dann Noch ein bisschen minder Nämlich Stress Dass wir wieder Oben fliegen Lass dich pieksen Ach komm Jetzt lass Das glaubt man einfach Net Man glaubt das Einfach net Okay Dann müssen wir wohl mehr schießen Wie es scheint So Brenn Brenn Problem gelöst So Brenn Also Ach du Scheiße Nicht mit mir Ah Das ist der Nachteil In diesem In der blöden Shotgun Geht echt mit der Forke besser So Latsch Okay Hier ist noch die Munition von euch Nein Nicht treffen Das ist scheiße Treffen lassen Das ist scheiße Ah Ist das ganz scheiße Das ist gar nicht gut So Oh Herzen Die kann ich wahrlich gebrauchen So Was haben wir hier Geht nicht hier auf Okay Ja was soll ich jetzt hier Ich könnte natürlich jetzt auch noch darunter springen Und Was war hier noch War hier noch Munition Oder Herzen Oder irgendwas abgreifbares Nee Das ist nur Fetti Shotgun Zwei Schüsse Nur weg Gebellert Nee Ich glaube Hier ist erstmal Nichts mitzuholen Da ist noch ein Zombie Ein Secret Aha Sieh mal einer an Ein Secret Lieb Das ist jetzt geschickt Anstelle Ja Woll Geil Und du jetzt auch noch Holtig Das holst du hin Was ist ab Und hast du Angst bekommen Das ist schon lustig Wie man einfach ignoriert wird Oh Lass mich in Ruhe So Ähm Boah Schön voll Hm Ist aber blöd Hat nicht einer noch ein Herz verloren Wahrscheinlich nicht Der andere ist heruntergefallen Joa Hier war ich nicht hingegangen Komm Kann ich angehen Nee Wahnsinn Okay Nehmen wir es so hin Okay Secret gefunden Sehr geil Oh Jetzt habe ich ihn wieder geholt Ach Scheiß auf den Typen Ich geh jetzt einfach nur Gehörig auf den Sack gerade So Und diese Fledermäuse auch Die will man so unbedingt töten Moment Hey Moment Wie erst mit anzünden Anzünden Wie wäre es Jetzt ist natürlich keiner mehr da Na ja Nur die Glocke gehabt Ich hätte euch sonst angezündet Witze fuck Wieso seid ihr jetzt alle wieder da Oh treff doch mal Kack Dynamit Nein Ah Man glaubt es einfach nicht Das gibt es doch nicht Mir viel zu schlecht gelaufen Wieder So Sind die jetzt wieder da eigentlich Mal gucken Wenn ich jetzt diesmal nicht da Sind wir mit das voll lieb Dann brauche ich mich mit denen nicht abquälen So furchtbar Bär Ja nice Wunderbar So wie komme ich da jetzt rein Ich könnte natürlich auch hoch springen Vielleicht mal Oh jetzt lass mich doch da rauf So wie viel haben wir davon 87 noch So Davon habe ich bloß nichts hier oben zu sein Aber mich haben wieder irgendwelche Gegner gesehen Irgendwelche Gegner haben mich gesehen Woher auch immer Ja ich denke mal Dass ich dann darunter soll Ach du scheiße Was ist denn das für ein komischer Ort Mach keinen Stress Komm einfach her Hab ich wieder abgezogen Und voll bitter So Wer macht hier so komische Geräusche Du bestimmt Oder du Oder vielleicht du Oder doch der Spaten Aus mit dir So Was habe ich getan Was auch immer ich getan habe So Hoch mit dir Achso da ist ein Schalter Okay Hoch mit dir Hoch mit dir Äh ja So Rein in die gute Stube Ach jetzt sind wir wieder hier Ja lustig Das hat es jetzt gebracht Jetzt bin ich ja voll weiter gekommen Oh bin ich tatsächlich Da oben ist mich jetzt offen Äh ja Gut da kann ich mich zerquetschen lassen Das ist schon klar Äh Moment Sehen So ähm Wisst du jetzt nicht Was mir das bringen soll Also ich Da jetzt Da komme ich hier Darunter Gut ich kann mich da ja Nochmal Durchschlängeln Vielleicht kommt man da ja Auch an irgendeiner Stelle Weiter Aber irgendwie Bezweifle ich das Jo Das habe ich mir gedacht Das ist nur schwieriger Das da ranzukommen gewesen Und jetzt Ach Vielleicht sollte man mal Den Schalter drücken Schön dass es auch Den Zombie mit bewegt Das finde ich Sehr interessant Und die Hand Auch noch Den Gargäuel Das ist ja ein richtig Interessantes Laufband Ja Aber was habe ich davon Wenn das jetzt da hinten Nach hinten schwebt So Vermute man sich da raufspringen Soll weil ich ja Jump Boots bekommen habe Anders kann ich mir das Gerade nicht erklären Jo Dann machen wir das doch mal Ach Jetzt kommen die doch wieder Jetzt kommt die doch wieder Jetzt kommt die aber so platt Ich habe keinen Bock Auf diese Teile jetzt Steht ja auf Wudodoll eigentlich Offensichtlich Jetzt zieht aber gerade mehr Dings ab Warum auch immer Nur einzusetzen Für fettigste Und große Gargoyles Steht in Gebrauchsanweisung drin Das sollte man wohl Berücksichtigen Nicht zu empfehlen Bei Normale Gargoyles So Dann Boah Gut wo geht es hier hin Irgendeine Spinnen Spinnen Das mögt ihr ne Das ist schön warm Ne Das findet ihr gut Ich weiß Das mögt ihr Das mögen sie Können wir da nicht Noch was mit Ich glaube Bestimmt was mitnehmen Kommt mal her Jungs Ich habe da was ganz Tolles für euch Vorbereitet Äh ja Ups Was ist jetzt geschehen Jungs Wir müssen das Wiederholen Es hat nicht gut Funktioniert So Jungs Jetzt hat das Besser Funktioniert So ich Ach komm So speichern Achso Äh ja Von mir aus Schön machst du das So Ich weiß gar nicht Wo das zweite Sieg War Ich glaube Zwei gab es hier Schäm dich Schäm dich Lohnt sich Gut Okay Sechs So Und Ja So Das ist auch Da Aufläuft Ah ich glaube Im Wasser Kommt was gewesen sein Gut Aber das ist Schon ein bisschen Länger Am laufenden Teil Deswegen Würde ich es Sagen Wir sehen uns Das nächste Mal wieder Mit diesem Level Ich bedenke mich Herzliches Fürs Zuschauen Bis dann Boy Boy